ja servus leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge ls 19 hier auf der campaign of france wir wollen weiter den baum klein machen wir wollen jetzt noch wollen wir fällen holz machen eine ganze länge holz sogar ich bin gespannt wie viel holz scheint schon gar nicht mal so wenig zu sein eigentlich heftig ist cool und so viel gibt es nice muss ich sagen auf jeden fall scheint es jetzt richtig gut holz zu geben schon mal nicht verkehrt so heftig nicht ziehen ziehen kann ich noch nicht ist wahrscheinlich auch zu groß von daher schauen wir mal er rollt immer weiter runter passt auch ja wird ganz schön viel brennenholz werden ganz schön viel brennenholz alter falter so das abschnipseln das einmal klein machen er wird langsam voll für den kleine für den großen ich habe die langsam schnapp hier trotz gewicht ich glaube wir bringen die palette immer weg ist glaube ich besser 1400 liter brennholz ich weiß nicht ob der mona mehr schafft ich meine 50 euro kostet das ist verdammt viel geld 50 euro sind 50 euro wir versuchen noch mehr egal grünchen hin irgendwie so langsam wird es aber eng glaube ich ich darf nicht übertreiben sonst kommen wir nicht mehr weg wer sitzt obwohl viel viel baum ist eigentlich gar nicht mehr kinder mit weg oder kommen wir versuchen es so viel dürfte es eigentlich gar nicht mehr sein eigentlich aber traktor hebt ganz schnell ab wie viel wie viel licht jetzt reinkommt alter falter schon krasser unterschied finde ich wenn da auf jeden fall auf einmal ein baum weg ist alter falter aber okay aber okay fangen wir eben zum verkauf dann sieht das gut aus aber merkt schon hat schon probleme das ist eigentlich schon ganz schön viel pro tausend liter 1800 euro könnten jetzt knapp 4000 euro sein oder sowas na das ist schon nicht schlecht finde ich könnten aber glaube ich dann öfters machen könnten dann glaube ich öfters machen nur brauchen wir ein besseres gewicht dann irgendwie 4370 euro alter falter das ist ordentlich würde ich sagen das ist ganz schön ordentlich ne heftig hätte ich nicht gedacht hätte ich nicht gedacht Leute es ist doch so viel ausmachen ne wahnsinn ok wie sieht es ansonsten jetzt gerade aus mit den früchten wachstumsstufe durchgelaufen immer noch nicht alter falter wie lange dauert das denn so eine mission zwischendurch machen weizen zuckerrömen weizen auf 17 17 wäre hier vorne ne weizen auf 17 ich meine die mission könnten wir machen ne oder weizen auf 23 20 das ist ja unten ok müssen wir gucken ich würde gerne lieber die eigenen flaschen machen kommt wir machen nochmal einen baum wir machen nochmal einen baum wir machen nochmal einen weiteren baum in der durchsage noch eine brennholz palette beim fahrzeug hindler machen wir nochmal einen baum klein und versuchen Geld zu verdienen ne ich meine wir sind jetzt bei 19.000 ne das 20.000 das lohnt sich schon ne das lohnt sich auf jeden fall würde ich sagen so ne holen wir jetzt ne weitere brennholz palette dann machen wir nochmal einen baum weg das kriegen wir hin ok dann haben wir einen shop aufrufen paletten brennholz palette da kaufen ja danke gut gut dann können wir damit jetzt noch ein bisschen geld rein dann ist hoffentlich gleich auch die wachstumsstufe durchgelaufen dann anschließend ich hoffe es schauen wir mal ne müssen wir mal schauen so hier lang sehr gut sieht gut aus jetzt sagen wir mal jetzt machen wir direkt den nächsten baum hier 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 und hier hier fette bau mal wieder so wie er in den ich fallen soll egal ist mal wieder typisch egal mutter aus und dann legen wir los einmal brennholz machen hier nochmal brennholz brauchen wir eine ganze menge nachfrage ist groß die nerven ist groß ne ist einfach so den haben wir auch noch mal kleiner schneiden sehr gut schön sehr gut läuft er wie im schnürchen leute sehr nah ist und wir kriegen noch mal schönes gutes geld rein aber sowas von gar nicht mal so verkehrt oder rutscht aber mal ganz schön nach das geht stück ja auch sehr gut sehr gut optimal ok nächstes stück abschneiden ganz schön viel ne auch gut ja viel ist es nicht mehr machen wir in der nächsten folge weiter leute ja machen wir uh palette auch schon gut voll ne heftig na gut leute in der nächsten folge machen wir weiter ich freue mich natürlich wenn ihr wieder mit dem start seid und sagt einfach liebe sind bis dahin erstmal Servus und Tschüss bis zumates bis zumate bis zumate Bis zum nächsten Mal.